Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger im Rhein-Diesch-Bergischen Kreis, morgen findet die Bundestagswahl statt. Jede Stimme zählt. Morgen wird entschieden, wie es mit unserem Rhein-Diesch-Bergischen Kreis und der Bundesrepublik Deutschland weitergeht. Als Ihr Bundestagsabgeordneter möchte ich mich weiter für den Rhein-Diesch-Bergischen Kreis einsetzen, für Familienpolitik, für die Digitalisierung, für einen effizienten Klimaschutz und für eine starke Wirtschaft. Bitte unterstützen Sie mich dabei, gehen Sie wählen. Untertitelung des ZDF, 2020